Ich verstehe es einfach nicht! Ist schon geil! Ja, ist schon geil! Mit einem Puffen in der Hand, wenn der da so mitläuft! Kann was! Kann was! Und unter uns! Ich werde ihn eh nicht kapieren! Wie? So? Jetzt haben wir schon fast das Dach gehabt! Wieso zeigt mir das der eigentlich an? Ah, jetzt ist es weg! Okay, passt! Bitte in den Steckenbärm! Passt! Nice! Ein schmieriger Bastard dieser Clay! Ein Schmuggler! Ich vertraue ihm nicht wirklich! Aber er hat für Vater gearbeitet! Und er könnte unsere beste Chance sein, die Fanatiker in den Dreck zurückzutreiben, aus dem sie gekrochen sind! Wir sollten eh eigentlich eh mal schauen, dass man da ummeck kommen lässt! Weil das ist ja dann auch wieder in den oberen Bereich! Ah! Haben wir da wieder so ne nette... Na okay, ist doch Kamina! Ja, sei Dank! Schon geil! Hahaha! Wir nähen uns jedenfalls der großen Kammer! Wer sie öffnet wird... Das hat selber schon gedeutet, dass er am liebsten den eigenen Bruder haben dran will! Geil! Okay, sie hat schon andeutet! Sie hat schon andeutungen gemacht, dass sie den Bruder haben dran will! Wie am liebsten! Geil! Na dann! Let's! Go! Haben wir sie eine! Na hallöchen darauf! Wow! Ganz ruhig! Ich bin kein Kämpfer! Oh! Bin eher ein Menschenfreund! Das ist schlecht! Ein guter Auftritt! Digi! Also dürfen wir das Geld einsammeln? Hier drüben, Kammerjäger! Wird mal gut gebrauchen! Der weiß! Ich bin Clay! Ich schätze wir beide sollen einen Jacobs Widerstand gründen! Magst du mir verraten mit wem ich es zu tun habe? Ich bin Flack! Und mehr musst du über mich nicht wissen! Ja! Das passt! Schön dich kennenzulernen! Also des Vorder-Tor kommen wir nicht rein! Ich kenne vielleicht noch einen Weg! Folge mir! Oh! Schau ihn da an oder geil! So geil! Zwei Dinge! Hoffnung und Waffen! Aber vor allem Waffen! Also werden wir diese Stadt befreien! Den Waffenvorrat plündern und die Jacobs Waffen wieder in Jacobs Ende legen! Keine Ahnung was dir Wayne Wright über mich erzählt hat! Aber das ist jetzt egal! Wir müssen eine Stadt befreien und Banditen töten! Na let's go! Ja wenn du eigentlich schon fast überlegt habt dass wir uns sicher auch eigentlich die ganze Zeit den Haupt-Story der widmen! Damit wir da ähm... Wir haben ja sowas extra zum Freischalten! Dass wir dann auch irgendwas dann haben! Auch noch für die... Für die Nacht der Story! Weil sie nicht wieder so das Endgame da so abläuft! Aber die LC ist ja auch schon bald im Start! Ich kanns noch! Komm schon! Nett jo! Viele Banditen da unten Kammerjäger! Zeig mir wie du kämpst! Nett jo! Das ist ähm... Das ist ähm... Das ist ähm... Das ist ähm... Das schaut eigentlich ganz normal jetzt gerade aus! Ah! Jetzt haben wir schon ein paar Gegner! Na dann! Oh! Wie höchst du können wir ja rollen? Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Dann mag ich ja die ganz großen! Ah! Das ist aber geil! Das ist überhaupt geil! So hätt ich gern das Fliegen... Ja! Das Fliegen hat auch viel Schaden fangen! Das war das so! Aber! Ist doch nicht einmal was Neues! Weißt? Einmal nicht immer nur das Gleiche! Einmal was Neues! Wir sind dann... Oh! Let's schlafe Felix! Oh! Ah! 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 Da ist der Waffenschuppen! Also! Wie kommen wir da rein? Ah! Wir wählen das schon! Hm! Ah! 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 Wenn du fix schon einen Weg finden! Hätt ich gesagt! Bzw. von hinten verleihen! Schauen wir mal! Ah! 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 Das ist mega sch...! Mal ganz moisturien! Ah! Ist ja mal Essay kaputt zu ziehen! Ah! 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 Ahley! Ah! 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 Den einen anderen! Sicher! Alter! Schau wie geil wieder! Scheiß auf, Alter! Ich hab die Leute drauf schießt! Sau geil! Wie ist es saugeil! Grüß dich! Grüß dich! Machen wir da auf! Sehr schön! Alter! Iggy! Musst mich da nicht mehr unbedingt da greifen, Alter! Erstens, dass ich dich nicht hab! Eine Waffe in die Hand nehmen! Ich mein ja nur! Alter! Geil! Könnt ruhig länger dauern! Ich bin definitiv ruhig länger dauern! Alter, was in den Affen los? Warte, jetzt gerade eine Spezialfähigkeit! Ja, könnte sein! Könnte sein! Spezialfähigkeit! Hi, Diggy! Gleich mal ins Knack, Alter! Knack, Watsch! Auf extreme! So, Tuano! Sicher! Gern doch! Schaut eigentlich so aus, wie kann ich immer noch einer da! Ach, schon ist ein ewiger Fluss! Hab ich mal in nem Liebesbrief gelesen! Der Typ, den ich gekillt habe, war wohl ein glücklicher Mann! Okay, zurück zum Wattenschuppen! Ich bin fast drin! Na warte, ich schau' mir da noch ganz kurz hin! Beziehungsweise, wo ich mich da halt noch umschau'n kann, kann ich mich noch umschau'n! Alter! Da machen wir was kurz! Bist narrisch! Ah! Wieso gesperrt? Das hat sich deppert! Ach, du hast deine Giste gefunden! Interessant! Gute Arbeit! Hast du den Waffenschmied Dorton gefunden? Kein Waffenschmied! Nur gewöhnliche Zivilisten! Mist! Wir müssen Dorton finden! Aber gehen wir erst in diesen Waffenschuppen! Ja! Wie oft nach... Mach jetzt endlich auf, Digi! Du redest dafür, oder? Du musst endlich mal ausschauen, was da drin los ist! Na, selber ist Giste! Ich kann mir nicht drauf pissen! Vertrau' mir da besser, Kammerjäger! Ich nehm' einfach mal! Du kannst's ja im Nachhinein dann! Ach, so! Du bist auch schon die ganze Zeit drin gewesen! Mal sehen, ob ich ihn finden kann! Ich kann nur die Hälfte aufmachen, Alter! Oh! Es gibt Geister! Okay, da bauen wir eine Pistole! Alter! Ja, das ist einfach gut zu wenig! Ich habe Dorton erfasst! Aber jetzt müssen wir erstmal die Stadt sichern! Du bist hoffend nicht hier um zu kämpfen! Denn die sind hier um zu sterben! Leider! Leider nichts Gutes! Leider nichts Gutes! Ich habe mir wirklich Hoffnungen gemacht jetzt! Ohne Spaß! Da habe ich mir jetzt wirklich Hoffnungen gemacht, dass endlich mal wieder was Gutes dabei ist! Also, das ist ja die Schritte! Na, Kossa! Wie geht's denn so? Hau mal, biederschön! Hau mal! Wie bist du denn so eine Computerwelt? Wie ist das die ganze Person da! Kennst du sie da noch? Wir haben da eine Mission gehabt, wo wir dann im VR Modus drin waren... ...und dann die eine gerettet haben! Das war ganz am Anfang. Wir haben gerade mal Level 5 bis 10. Oh, ja. Hi! Hat noch einer an? Nein, hat doch mehr. Wir wollen halt nicht explodieren. Warte. Ach, warte. Wir haben schon fast gehofft, dass wir nicht explodieren. Danke uns leid. Ich steppert. Warte, ich nehme mal eine andere Waffe. Alter. Oh, kommt ja Dauerfeuer da her. Das tut einfach. Ganz schlecht. So, holen wir mal den ersten da. Hauptsache wir uns nicht gegen wen weiß. Das ist einfach überdreben, oder? Das ist einfach viel zu überdreben, oder? Alle erfahren wir, oder? Perfekt, perfekt, perfekt. Und sich alle ruhig auf... auf meinen kleinen Bekleister stützen. Das ist ideal. Alle erfahren, alle erfahren, alle erfahren. Zu guter Hinweis, oder? Ach, komm schon Dauer. In die Fresse. In die, deine scheiß verfickte Fresse, oder? In die, deine scheiß verfickte Fresse, oder? Welche Empadern, oder? Kann man? Nicht, weil wir sehen! Ja, wir könnten dann langsam wieder schüttchen fahren. Der weiß... Hahaha, in die Fresse! Hahaha! Jetzt bist aber... Jetzt bist aber dein Knack, gell? Alles klar! Sammeln und nachladen! Da kommen noch mehr! Oh! Lieben gern, oder? Lieben gern! Ich habe bereits einige unternehmungslustige Leute angeheuert, um die Schlüsselfragmente zu bekommen. Kostet mich ein kleines Vermögen, das bei einem Nickerchen wieder reinkommt, weil ich sogar im Schlaf Geld mache! In den Salon! Füllen wir die Becher mit Banditenblut! Sogar im Schlaf, oder? So scheiße gehen die Leute. Die Leute so scheiße gehen, oder? Der ist sogar im Schlaf! Fick mich, oder? Die macht aber ordentlich Schaden, muss ich schon sagen. Das sagt mir die Füße. Da muss ich dann schnell nachladen, und so. Aber! Ist schon stopp! Ist schon stopp! Wir wissen, dass wir... Hyper-Automaten, ja... Ja, da muss der ganze Person schießen. Macht trotzdem guten Schaden, aber ist überhaupt nichts für mich so. Das hat immer so zu mich geschaut gehabt. Kann auch mal passieren. Wie sie alle auf die eine draufgeiern, wenn sie besiegen wollen. Ha-ha-ha! Ob das fertiges Lix an, oder? Oder? Ich treffe ihn nicht! Tschüss! Ah! Jetzt haben wir unsere Ruhe! Seid ihr sicher, dass eure Familie dieser Aufgabe gewachsen ist? Ich will die Leute glühende Inkompetenz nicht in den Mund nehmen! Boah! Brauch mal ein gescheites Schrotflink, oder? Gescheite fierte Waffe. Meiner Meinung nach. Ha! H-h-, selbe ist größer. Zack. Uuuuuh, wir haben halt Granaten geschluckt! Nice. Wie schön das, nur da eine! Da eine schießt, und die anderen schauen zu. Schau, 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 schau! Schau, wie die anderen uns zuschauen! Das sind behindert, oder? Und das nicht dafür auf sein Fresse, Alter. Auf sein Fresse, ich weiß nicht, wie's falsch ist. Komm, na warte, na warte, na warte. Das muss aber nicht ohne mich bei den großen Grafiks, Leute. Den wollen wir schon gemeinsam. Oh, gehen auf den Kopf. Wenn ich schon so viel herumsteckle und dann gehen auf den Kopf. Ich schlau. Das war ein großer Moment. Firehawk. Ja, läppiger Marsch. Der letzte Portation für die Gegner. Das ist schon super. Aber trotzdem ist es einfach viel zu schwach. Sie können aber noch bluten. Zeigen Sie ihnen wie. Hm, hm. Das war die heftigstehsche Meier, aber na gut. Die Dunkelheit. Ja, das fällt ja. Boah, sie können ja ständig herumteleboten. Alter, wieso machen die zwei Wichser nix? Das ist ja gut. Boah. Verzweifel auf, Leute. Vielleicht, vielleicht bewegen sie sich. Ja, sie kriegen einen gefressen, bewegen sie sich trotzdem nicht. Ah, ja. Der kleine Schlitz da noch, haben wir ja? Ja, ich glaube, die haben wir. Ich glaube, die haben eh schon unser Haberer drum kümmern. Der kleine Op, Alter. Saugeil. Saugeil. Und dann feuern wir da noch und dann heilen wir ihn da noch extra. Das war der letzte. Einfach nur Bombe. Mal sehen, wie du dich gegen meine Brüder und Schwestern der Eridium-Ebene schläfst. Ah, die, die. Die können alle mich herkommen, Alter. Das da, das muss ich ausschießen, oder was? Das Grüne da. Ja, 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 ja. Das ist ein Verschießen. Also gut, mir die ganzen Gegner ist ja egal. Töte die Hütter! Im Namen der Kalypso! Irgendwie haben sie mir so vor, wie wir das nicht wirklich so ein Schaden machen, so wie ich das glaube. So wie ich sonst eigentlich. Der Tag irgendwie, ich weiß es nicht. Der hat mehr Schaden gemacht, wie das Fliegel in der Team, der immer durchgegangen ist. So dieser Phönix, oder was auch immer das war. Das ist aber schon geil im Auto, Alter. Musst du halt ein bisschen laden, aber es ist schon geil. Was? Was? Oh mein Gott. Ist schon cool, Alter. Ist schon geil. Okay, ihr könnt das gleich in welche Wochen mal wieder haben. Was? Ich will den Kopf, ich will den Kopf. Passt. So. Ach, du bist es. Jetzt wird es Zeit für einen Scheiterhaufen. Oh, dann zeig mal einen Scheiterhaufen. Ja, okay, für so viele, wie wir da jetzt eigentlich abknallt haben. Ja, da hast du schon recht mit einem Scheiterhaufen eigentlich. Ja, und da ist schon viel abknallt jetzt. Wir können eigentlich eh, da haben wir eh geklappt. Die Automaten können wir eigentlich ruhig einsacken. Und das alles eigentlich dann verkaufen muss, was wir nicht brauchen. Die Ehre gebührt dir, Kammerjäger. Uh, Dankeschön, Digi. Dankeschön. Was schießen? Oder? Aufverklettern. Ich glaub, das schaut eher mehr so nach Aufverklettern aus. Jo, definitiv. Kann ich jetzt wieder alles aktiv? Na, schaut nicht so aus jetzt, oder? Du bist gut. Ja, das können wir jetzt. Aber wir sind noch nicht... Ah, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir's. Er wird in einem Inselknast namens Fort Sonnenschein festgehalten. Ich bleibe hier und halte die Stadt. Du befreist Dorton. Dorton hat auch für Wainwrights Daddy gearbeitet. Montgomery Jacobs persönlicher Waffenschmied. Dorton macht die besten Waffen des Planeten. Die dürfen auf keinen Fall den KDK in die Hände fallen. Hey, Bro. Schau mir das noch ganz kurz an. Dann kannst du schon wieder weiter reden. Wir haben Pistole, 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 Pistole. Eine Schau von unten. Okay, das... Die Dinger können sowieso nicht das Wasser reichen. Auf aller Fälle nicht. Also die können wir sowieso... Ah, na gut. Dann schauen wir das mit der Pistole an. Zum Vergleich. Ah. Okay, könnte... Könnte aber automatisch sein. Weißt du was ich mein? Allein schon vom Außen her? Schau mir das mit den nächsten an. Okay, die nächsten schon. Also... Ja, probieren wir es. Und da? Zum Vergleich. Die Schrotflinte. Ah, Magazin ist aber schon groß. Ah, Magazin ist aber schon groß. Und da? Alles dauert halt ein bisschen länger. Na, 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 lassen wir es lieber. Besser, besser ist. Oh, 59 Schaden. Okay, die Handhabung ist jetzt nicht so wirklich jetzt so schlimm. Nachladezeit ist gut. Feuerrat, Magazin. Aber dafür was du halt alles hast. Waffen-Nachlade-Geschwindigkeit. Indirekt. Schaden-Radius. Nahkampf-Schaden. Projektil-Geschwindigkeit. Waffen. Alter. Das ist... Viel besser. Das ist viel besser. Was? Probieren wir mal die neuen Waffen aus? Ich wette, du fragst dich, wie Aurelia Hammerlock es mit den Kindern der Kammer zu tun bekam. Vor der Invasion habe ich herausgefunden, dass sie immer noch so groß sind. Aurelia gab den Kalypsus alles, was sie für ihren Überraschungsangriff auf jeden 6 brauchten. Aurelia behauptete auch, sie wüsste, wo der Kammerschlüssel sei. Wusste sie aber nicht. Es gibt wohl auch Geheimnisse, die man nicht kaufen kann. Das Visier. Weißt du, ich würde halt einfach nur gern das Visier da immer ein bisschen anschauen können. Ablegen, untersuchen kann ich da vielleicht. Irgendwie. Das ist einfach nur ein Fragezeichen. Sonst... Schade. Hersteller Herausforderung. Uhuhu. Gut, bis zum letzten Tropfen... Alter! Okay, Skin, die es zu sehen ist, das kann man alles wechseln. Warte, dann schau ich mir jetzt aber die Waffe an. Zum Beispiel jetzt. Okay, die eine haben wir ja nicht wirklich lang genutzt. Wenn man es jetzt ganz ehrlich sagen. Aber, ähm, versuchen wir die einmal ganz kurz. Aha! Hm, okay, kann ich aber nichts wechseln, gell? Hm, und wie schaut es da aus? Weil da haben wir, die haben wir ja wirklich lang genutzt. Ach schau, Elementor, oh, ey, da. Todesstrahl, Zukunftsskill, Todes, no, ey, da. Pass, hätten wir es geschafft, pass. Ja, ich bin zwar jetzt nicht glücklich, aber es geht. Vielleicht findet man dann nur was Besseres, wo sie aber eher weniger klappt. Also, wieder mal ein bisschen aufbasteln, was man verkaufen muss, ne? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir, brauchen wir nicht. Ne. Hm, ne. Ich überlege mal, ne. Was? Was, 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 du. Uh, ja, 8 Schuss. Will man da kleiner mal verklagen mit unserer Schotflinte? Vielleicht will ich sie haben. Nachleinigen Feuer, ähm, okay. Wenn er will, ich einen mit viel Feuerrat haben. Einen mit wirklich viel Feuerrat. Und, oh bisschen. Auch nicht so lange. Die haben auch nur Müll! Die haben ja auch wirklich nur Müll da drin. Ja, Wahnsinn! Muss ich in der oberen Ebenen bleiben, oder... Kann ich mir auch einfach mal heraufschmeißen? Ah, ich kann mich auch gleich runter schmeißen, das ist super, passt. Wo ist denn der? Ah da, da ist er. Ich kann doch gleich einfach eine Runde machen und runter mit uns. Sau geil. Und da. Ich bin nicht kaputt. Nein, geht eh nicht. Beziehungsweise explodieren nicht. Schon wieder.